wir sind hier im merkür marschauer airport zimmer 602 das ist ein superior room ein eckzimmer ich bin hier für eine nacht gebucht war ein standardzimmer als platino member bekam ich allerdings ein upgrade wir schauen mal rein in das zimmer großes bett bequemes bett bademantel und badeslipper sind auch da kleine ablage tisch nach tisch auf beiden seiten einer davon hat auch eine steckdose wessel zusätzlich noch ein sofa also doch schon recht umfangreich ausgestattet ebenso ein schreibtisch fernseher klar am schreibtisch auch noch mal freie steckdose und eine sega fredo kaffeemaschine zusätzlich noch ein wasserkocher da kann man sich gut gehen lassen kleiderschrank ist vorhanden da habe ich meinen koffer schon untergestellt spiegel gleich daneben ja alles in allem ein schönes Zimmer schöne ausstattung war auch vom preis her günstig auch wenn man nicht beim flieger anreist vielleicht was ich habe inklusive frühstück rund 40 euro gezahlt wer mit der bahn anreist circa 20 minuten mit der straßenbahn die hält hier gleich vorm haus wirklich zu empfehlen das war's bis jetzt